Willkommen ihr Lieben bei World of Warcraft. Ich bin hier gerade mal so ein bisschen durch meine Festung geritten und hab mich mal ein bisschen umgeschaut. Wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich hier hinten hin zum Steinzahnposten. Aber, ich hab da was entdeckt. Ich meine mich zu erinnern, da war was. Guckt mal, hier stehen nämlich jetzt... Die stehen hier an. Hier stehen Plumpsklos. Und ich müsste mal nach der ganzen Kämpfe... Ja genau, welch eine Erleichterung. Nach der ganzen Kämpferei muss ich mal aufs Klo und ich glaub der Goodspick muss auch gleich mal. Haha. Ach, ist ja cool. Man sieht sogar von innen. Ey Goodspick, warte gefälligst draußen. So kann ich nicht. Also wenn ihr mir zu... Alter, was ist denn hier los? Also wenn ihr jetzt alle hier reinkommt, dann kann ich gar nicht mehr. Und hier ist überhaupt kein Klopapier. Alter, was für ein Scheiß. Will ich auch raus. Ne, so will ich nicht. Cool. Stilles Örtchen erleichtert euch im Plumpsklo der Garnison. Cool. Okay. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. So, und jetzt... Kann ich denn da zufällig hinfliegen? Oder hab ich den Flugpunkt noch nicht? Ich hab den Flugpunkt noch nicht. Was hab ich mir denn dabei gedacht? Verdammte Axt. Müssen wir wirklich da hinreiten? Wie hinterwäldlerisch ist das denn? Was ist da drüben? Wie kann ich denn da hin? Keine Ahnung. Ah, Bams. Ja, noch ein Gebrochen. Und ihr baut hier fleißig weiter. Was auch immer das jetzt für ein Gebäude wird. Ich weiß es schon gerade gar nicht mehr. Entweder Verzauberung oder wie soll es Stall oder irgendwas. Und wir sehen mal zu, dass wir... Kann ich hier runter? Dass wir... Warum ist das denn hier überall? Es ist aber auch unzugänglich hier, die Gegend. Ich hab mir ja sagen lassen, das Gebiet der Allianz soll ja richtig schön sein. Schattenmontal, ne? Das soll ja richtig fluffig sein. Gurun. Gurun? Moment. Ich will mal gucken. Ist das irgendwo ein Gurun? Ist nur die Frage, wo? Ich werd den jetzt nicht ewig suchen. Wenn der hier nicht auftaucht, dann kann ich's nicht ändern. Bist du Gurun? Nee, bist du nicht. Gurun. Ach. Aber war hier kein Glück irgendwie. Na gut, dann kein Gurun. Du Gurun? Oh, nicht Gurun. Ja, Schattenmontal. Kommen wir denn da hin? Gibt's da was zu questen für uns? Könnte ich denn hier grad mal anhalten und mal gucken, ob's da Flugpunkte gibt für mich? Ich seh nix. Hey, falsches Bild. Schattenmontal will ich. Hm. Ja, hier hinten. Da ist was. Nachtflutnest. Da ist ein einzelner Flugpunkt nur. Ehrlich? Sonst gibt's hier nix. Das heißt, wir questen hier nicht? Sehe ich das richtig? Och. Och. Alter, ich kann mir da jetzt nicht noch ein Allianz-Char auf 90 backen. Wo komm ich denn da jetzt hin? Da unten durch die Schlucht vielleicht. Kann mir da nicht noch ein Allianz-Char auf 90 backen? Außerdem will ich das gar nicht. Jetzt mal ernsthaft. ich könnte vielleicht den Char von Schatz der hat ja einen Magier-Mensch den könnte ich zur Not, ne? Aber jetzt kann ich ja mit Magiern eh schon nicht so gut, ne? Und ähm außerdem ist der glaube ich erst Stufe weiß ich gar nicht 82 oder so. Gott, ne, da wär ich ja ewig dran. Gletscherbucht. Ich lass mich ja hier wieder voll ablenken. Ich hätte gerne, dass der Routisch der Pillager der Pillager? Gletscherbucht. Okay. Kurzbeak, bist du bereit? Wir werden uns hier mal durchhäckseln gerade. So, das Schwein haben wir schon mal. Das ist doch schön. Vielleicht komm ich ja jetzt mal hier irgendwie Was haben wir denn hier hinten? Beobachter. Ein Beobachter ist, äh okay, den nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Vielleicht ist der Weg ja hier richtig. Und dann, äh hoffe ich, dass wir da ankommen, wo ich hin will. Das wär ja mal schön, wenn wir hier mal Ach, ne Höhle. Das, äh Guck mal. Wir haben mal einen gefunden. Das ist ja Bombenfortionös hier. So, komm her du. Und dann holen wir gleich noch die Jungs aus der Garnison. Äh Trin, du kannst aber gerne mitmachen. Du musst jetzt nicht aufhören hier. Nur weil die Jungs aus der Garnison da sind. Äh Jetzt kommt der schon wieder auf mich. Kommt der schon wieder auf mich zu. Was? Ja, ja, ja. Schön rausgeputzt, hat nichts genutzt. Och, guck mal. Kette. Ah ja. Na ja, okay. Kann ich nicht gebrauchen. Äh, gibt's hier sonst was? Echteisen kann ich auch nicht gebrauchen. Schade. Aber Ressourcen hatte er dabei. Das ist ja wunderbar. Ach, seht ihr mal. Und da kann ich euch doch auch gleich mal kurz zeigen, weil wir das ja jetzt sowieso nicht benutzen können, hier mit der Kette. Wir kriegen jetzt, äh, ne, Geisterstaub kriegen wir nicht. Was war's denn? Äh, hier. Äh, dränischer Staub, den kriegen wir. Und, äh, leuchtende Splitter. Habe ich beim Entzaubern bekommen von dem ganzen Kram, den ich schon dabei hatte. Äh, nein, das, nein, 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 das, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Können wir das mal hier fröhlich gerade entzaubern. Äh, Stoff. Hier haben wir eine Stangenwaffe, die kann ich schon mal machen. Und die anderen Sachen will ich erst noch mal vergleichen. Leder fliegt raus. Was war das jetzt hier? Oh, ah, oh, Crit. Au. Au, 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 au. Ich glaub, das, äh, zieh ich mal an. Dann werden wir das hier mal entzaubern. Gegenstand kann nicht entzaubert werden. Warum nicht? Wieso denn das nicht? Ach, Mann. Was warten wir hier? Nee, das ist schlechter. Das kann weg. Das, oh. Äh, mehr Dings, mehr Dings, aber weniger Crit, deswegen wollte ich's nicht, ne? So war das doch. So, und das hier. Nö, das will ich auch nicht. Okay, so, da haben wir schon mal wieder ein bisschen, äh, Platz gemacht. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Ich will da hoch. Da ist da auch noch einer. Fledermaus, Lederbunthosen. Das ist aber Lederhosen, ja. Hm. Ah, nee, ist okay. Ist okay. Muss ich jetzt nicht hin. Kann ich noch mal wann anders machen. Wir wollen jetzt, äh, irgendwie da hoch. Da hin. Da hinten rein. Wo muss ich denn da lang? Was ist denn hier drumrum, oder was, ne? Ach, hier ist doch auch unser Turm gewesen. Der Turm vom ersten Mal, als wir was, äh, gefunden haben, ne? Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Hier ist auf jeden Fall Stein, Zahn, Klippe. Das sieht gut aus. Da ist ein Fragezeichen. Das sieht auch gut aus. Haha. Ich bin da. Wenn wir doch jetzt erst mal den Flugpunkt holen. Wenn ich ihn denn sehe. Muss ja hier irgendwo sein, eigentlich, ne? Sollte. Da ist er. Da ist er. So. Gut, haben wir den. Können wir abgeben. Wow, vielleicht sollte ich mal zurückstellen hier, sonst kann ich gar nicht kämpfen. Trin, man sagte mir, dass ihr auf dem Weg hierher seid. Ihr seid spät dran. Wir sind gerade beim Aufräumen. Ja, es tut mir leid. Ich werde ja hier dauernd aufgehalten. Kannst du jetzt auch nicht falten, ne? Die Standhaften. Die Belagerung wurde gebrochen. Sie haben die... Au! Mann, ich will lesen. Es ist ein guter Tag zum Kämpfen. Ja, aber erst will ich lesen. Sie haben die Widerstandsfähigkeit des Steinzahns unterschätzt und die Verstärkungseinheiten der Speerspieße haben sie ziemlich überrascht. Sobald wir hier mit dem Aufräumen fertig sind, werden wir alle versammeln, die noch kämpfen können und uns auf den Marsch gen Grumgar vorbereiten. Der Hauptmann des Außenpostens, Kark Blutfuhrohr, hätte mittlerweile herauskommen sollen, um sich mit uns zu treffen. Könnt ihr ihn herausbringen? Sagt ihm, dass Lokra wartet. Er weiß, wie ungern ich warte. Tut es mir umso mehr leid, dass ich dich jetzt habe warten lassen. Aber man... Weißt du, wie es ist? Es gibt einfach Sachen, die sind spannender dann erst mal. Die muss man dann zuerst machen. Was ist denn dieser Typ? Pennt der hier? Da? Hä? Oder hier? Was ist denn der? Oder hier? Ach, er ist das. Okay, aber hier haben wir doch auch noch eine Aufgabe. Nee, er hat die Aufgabe. Feuer und Donner. Der Eisenwolf hat Waffen mitgebracht. Waffen mit Feuer und Donner. Noch nie haben unsere Krieger solche Waffen gesehen. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Wir müssen lernen, sie zu bezwingen. Untersucht die Belagerungsmunition und die schwere Panzerung in der Knochenflucht. Ja, ruchst du dich mal aus hier. Ich sag einmal die Weile mal ihm hier Bescheid. Kark! Ja, ich hab ihn gesehen. Er hat mir das Leben gerettet und es ist mir gleich. Er hätte den Kampf gewonnen. Aber dann tauchte der Eisenwolf auf. Einem der größten und grausamsten Rühl lag. Sie haben auch andere geschnappt und in die Schlucht verschleppt. Erkundigt euch, wer vermisst wird. Aha. Aha. Erkundigt euch, wer vermisst wird? Warum krieg ich den jetzt hier noch? Ach, guck mal. Ach so, hier. Nehmen wir doch ihn hier. Oder sie. Ich habe Mark K. schon einige Zeit nicht mehr gesehen. Seine Heilkräfte werden hier dringend gebraucht. Okay, jetzt ist hier alle Quests durcheinander. Ich rede jetzt einfach mit allem, was hier blinkt und leuchtet. Hier blinkt und leuchtet es doch auch noch irgendwo. Ach ja, hier. Da. Ich werde alle retten. Ich werde alle retten, glaub mal nur. So, wer noch? Da. Du willst auch noch was sagen? Mein Stallgehilfe. Rockner hat versucht, sich einen dieser Rölax mit der Heugabel vom Leib zu halten und ist in die Knochenschlucht hinabgezogen worden. Gott, ihr habt zur Wohle schwer. Warum habt ihr nicht geholfen? Wer bist denn du? Stallmeister brauche ich nicht. Ich bin hier. Ihr seid zurück. Aber wo ist Kark? In die Knochenschlucht. Die Donnerfürsten haben in der Knochenschlucht Gefangene gemacht. Worauf warten wir noch? Wir müssen sofort hinterher. Ihr sucht nach den vermissten Dorfbewohnern. Ascha und ich werden Kark aufspüren. Durchsucht die Knochenschlucht nach den vermissten Frostwolf-Roxen. Das war so klar, dass ich die hier jetzt suchen muss. Alter. Was los geht's? Mädchen, Kark und Erok sind in Schwierigkeiten. Ja, 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 ja. War nicht so eine Hektik hier. Bin ja hier nicht auf der Flucht, ne? Was? Gruppe? Nee, wirklich eine Gruppe. Schon gar nicht, wenn ich nicht weiß, warum. Ich bin doch ein Schlucht billig. Wenn jemand Hilfe braucht, kann er mich auch einfach fragen, ne? Und dann bin ich auch gern bereit, in eine Gruppe zu gehen. Aber einfach mal hier Gruppe einladen und so, das finde ich irgendwie ziemlich benagelt. Würde ich jetzt so nicht machen. Finde ich ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen, unhöflich, ne? Ich will jetzt nicht sagen, ich finde es ein bisschen unhöflich. Ich finde es ein bisschen unhöflich. Nein, die meinen es ja nicht. Aber es nimmt sich auch einfach keiner mehr die Zeit, mal Hallo zu sagen. Na, hallo. Ich bin der und der. Hast du Lust, mit mir die Pests zu machen? Bin ich doof? Früher haben wir viel mehr geschrieben. Mussten wir auch noch schreiben. Ging das noch nicht alles automatisch? So, hier liegt doch einer rum. Rock nur. Hier kommt jede Hilfe zu spät. Ja, schön, dass du mich hingeschickt hast. Finde ich ja total super. Dieser Wurm da, ne? Der droppt auch irgendwas. Ich hab den mal versucht zu machen. Aber der ist abgehauen. Der ist durch die ganze... Auf einmal war er weg. Ich hab den angepufft und gedönse. Und dann war der einfach weg. Aber wir können es ja einfach nochmal versuchen. Ich hau mir mal so eine Seidenpuppe rein. Weiß nicht... Ach, jetzt kommt da einer von rechts. Ähm... Ich weiß nicht, ob... Das so sein soll. Dass der einfach weiter zieht. Oder ob ich einfach zu langsam war, den zu töten. Mit der Magierin ging das eh schon nicht so gut. Naja, ich guck mal, ne? Wir machen hier mal. Ich... Ich... Ich mach mal alles. So, noch muss ich näher ran. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran jetzt. So, Leute. Mach den um. Mach den um. Ich bin mal gespannt. Ja, ich stehe... Ja. Genau. Er taucht ab und greppt sich nach Südosten. Das ist extrem blöd. Und dann habe ich ihn nämlich nicht mehr wieder gefunden. Das war doof. Glutdrachen. Jetzt wird er da angezeigt. Muss man den jetzt hier wirklich hier rumjagen? Kann das sein? Ah, hier. Guck mal, da ist er doch. Okay, vielleicht kriegen wir ihn ja doch. So, jetzt ist natürlich meine schöne... Ach, meine Garnisonsjungs weg. Das finde ich doof. Ach man, jetzt grebt er sich nach Norden. Ach, das ist doch scheiße, ey. Als ich den jetzt gefunden habe, sieht ich ja an den ganzen Krokus vorbei. Ach, da ist er. Au, ja. Und er sieht mich vor allen Dingen auch, ne? Er sieht mich auch. Jetzt hätte ich ihn ja schon ganz gern. Wenn er mir hier schon so lauer macht. Habe ich dich? Ja, ich habe die Sau. Blutrachen gelegt. Oh, guck doch mal. Ein Dolch. Okay, warum nicht? Ich habe ja im Moment... Ähm, ja, und zwei Hände. Aber, äh, wenn ich irgendwas für die Schildhand hätte, würde ich mich ja auch... 516, ja, ich bräuchte was Gutes für die Schildhand. Ha, dann müsste ich mal gucken, ob das dann insgesamt besser ist. Ja, ich bin es. Ja, ich bin es.